Trauter hatte gesagt, bring Milch mit. Da steht sie ja in der Mitte. Dann dreimal zwei Töpfchen Schnellsuppen, sechs Flaschen Störtebäcker Bier, wegen der unterschiedlichen Kronkorken. Krügerol, gesenkt, Taro Chips, drei frische Mangos, die guten gelben thailändischen, ein thailändisches Bier, zwei auch wegen des Kronkorkens natürlich, Twist-Off-Ersatzdeckel, Teufelszauber und so ein scharfes, feurig-pikantes, naja, hier sowas. Sourd-Pickled-Mix, Mastard, Kohl, so ein scharfer Kohl, wie heißt sie doch gleich, Aprikosenhalbe Frucht, Mini-Fan-Frikadellen, zwei Busse, Riley-Spermint, so ein Ölstift, um dieses klebrige Zeug, so von Aufklebern und so zu beseitigen. Dried Mangos, Monk-Sesh, drei Handys, Spongebob-Handys. Entschuldigung, kommt dann hier vom Feinsten her. Für Hanna und Stanley und Stuart. Und das hat der Türke mir geschenkt. Oder was auch immer er ist, da bei Netto nebenan, am Ostbahnhof. So ein getrocknetes Fischzeug, weil er das andere, was ich wollte, nicht da hatte. Naja, und dann noch drei kleine Snacks, die sind schon alle für 99 Cent. Nach Elsässer Art, so mit Buletten, Frikadellen oder Kroketten oder wie auch immer. Oben mit Sahneschicht und Kräutern. Ganz lecker. Sind aber leider schon alle. Ja, das war's. Guten Appetit. Achso, naja, die nehme ich morgen früh um 4.20 Uhr fährt der Zug nach Hamburg mit zu. Da ist Willi und Tom, Veri und Mike. Naja, dann Airbus Ausstellung. Sonntag mit dem Auto dann zurück. Bis dahin wären die dann alle. Logo. Bon Appetit, kann ich da bloß sagen. Und Willi freut sich über die Kronkorken. Stanley auch ein bisschen. Die Doppelten kriegt er erst mal. Und später dann auch die Originale. Machen wir halbe halbe mit. Willi und Stanley. Oder vielleicht sammelt dann noch jemand weiter. Naja.